Borderline-Beziehungen funktionieren in aller Regel deutlich besser mit ein bisschen weniger Nähe und ein bisschen mehr Distanz. Der Grund ist, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sich zwar nicht sehnlicher wünschen als die absolute Nähe und seelische Symbiose mit ihrem Partner, gleichzeitig diese Nähe aber nur sehr schwer ertragen können und sich schnell erdrückt und emotional erstickt fühlen. Deswegen nennt man Borderline-Beziehungen zugegebenermaßen etwas zynisch auch Komm-Her-Geh-Weg-Beziehungen. Soviel erstmal nichts Neues, zumindest nicht für diejenigen, die meinem YouTube-Kanal hier schon länger folgen. Dieser eben genannte Grund ist allerdings auch nicht der einzige, aus denen Borderline-Beziehungen mit etwas mehr Nähe besser funktionieren. Gleichzeitig weiß ich, dass viele meiner Stammzuschauer, wenn ich sage, dass Borderline-Beziehungen mit mehr Distanz besser funktionieren als mit mehr Nähe, sich fragen, naja lieber Tom, was soll denn das heißen, etwas mehr Distanz? Kannst du uns bitte ein genaues Maß nennen? Kannst du uns bitte mit autistischer Präzension ein System erklären oder aufbauen, nachdem ich meine oder nachdem wir unsere Borderline-Beziehungen genauer einstellen können im Hinblick auf die richtige Dosierung von Nähe und Distanz? Ja, und das möchte ich in diesem Video für euch leisten. Bevor wir aber über den zweiten Grund, warum Borderline-Beziehungen mit etwas mehr Distanz besser funktionieren, sprechen und ich dieses System, dieses genaue Maß für euch erkläre, euch nenne, möchte ich noch eine eindringliche Warnung oder besser gesagt einen gut gemeinten Ratschlag mit grimmigem Blicke an meine Zuschauer richten. Und zwar, ich weiß, dass viele Menschen, die mit ihrem Borderline-Schatz in einer frischen Beziehung sind, ja, sich sehr darüber freuen würden und auch sehr euphorisch, sehr stürmisch sind, mit diesem neuen Borderline-Partner oder wenn du selber der Borderline-Betroffene bist, mit deinem neuen, nicht Borderline-Betroffenen-Schatz zum Beispiel zusammenzuziehen, weil ihr einfach so sehr im Liebesglück schwelgt und weil ihr ja auch beide höchstwahrscheinlich ein enormes Bedürfnis nach Nähe habt. Es ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass gerade im Hinblick auf dieses Spiel Nähe und Distanz es sehr viel klüger ist, von der Distanz sich immer weiter probeweise an eine größere Nähe anzunähern, als sofort nach Beginn der Beziehung in die absolute Nähe zu gehen, zum Beispiel zusammenzuziehen und dann probeweise sich wieder voneinander zu entfernen. Denn das Zweite, dieses Erste aufs Ganze gehen und sich dann wieder entfernen, das ist sehr, sehr schmerzig, weil ja eine einmal aufgebaute Bindung in Form von Nähe wieder zerrissen wird. Und das tut niemandem gut. Nicht Menschen mit Borderline, nicht den typischen Borderline-Partnern, das tut niemandem gut. Und deswegen kann ich auch wirklich nur anraten, aus der Distanz sich ganz langsam Schritt für Schritt an die Nähe heranzutasten und nicht umgekehrt, auch nicht, wenn man gerade extrem euphorisch ist. Und übrigens, wenn man sofort in die absolute Nähe geht, sich sofort eine gemeinsame Wohnung sucht und dann wieder in die Distanz geht, abgesehen davon, dass das sehr, sehr schmerzlich ist, nimmt einem auch das ein großes Stück positive, ja, wie soll ich das sagen, Tja, eine gemeinsame Vision der Beziehung. Wir stellen uns das einmal vor, wenn wir eine Distanz haben und uns langsam immer näher, annähern, an uns herantasten, ja, da haben wir doch noch eine große Vision von Gemeinsamkeit. Wenn wir gleich aufs Ganze gehen und dann dieses Band wieder langsam zerreißen müssen, naja, das ist eher das Gegenteil von Vision. Und das ist natürlich auch etwas, das eine Beziehung zusätzlich destabilisieren kann. Okay, nun aber genug der Klugscheißerei und der gut gemeinten Ratschläge. Was ist denn nun, lieber Tom, mit dem System? Und was ist denn jetzt nun der zweite Grund, warum Borderline-Beziehungen mit mehr Distanz besser funktionieren, als mit mehr Nähe? Naja, also, Borderliner ertragen zu viel Nähe sehr, sehr schlecht. Habe ich am Anfang in den unzähligen Videos schon gesagt. Und auch das ist übrigens nicht unbedingt etwas Borderline-Exklusives. Jeder Mensch hat eine gewisse Nähetemperatur. Bei dem einen ist die näher, also wärmer, und bei dem anderen distanzierter, kälter. Und niemand mag es, wenn irgendjemand anderes ihm zu sehr auf die Pelle rückt. Das ist einmal so. Das weiß ich, als jemand, der die Diagnose Asperger-Syndrom hat und der sich in einer glücklichen Beziehung befindet, aber dennoch sehr viel Zeit für sich braucht. Ja, vielleicht sogar besser als die meisten anderen. Der zweite Grund, warum Borderline-Beziehungen mit mehr Distanz besser funktionieren, ist der folgende. Menschen mit Borderline und natürlich auch ihre typischen, meist Co-Abhängigen, in den allermeisten Fällen, aber ebenfalls in der Kinder- und Jugendzeit traumatisierten Partner, bringen sehr, sehr viele Altlasten in die neue Beziehung mit. Das heißt, sie haben schon sehr viel durchlitten in ihrer Vergangenheit, haben mit Sicherheit auch schon sehr, sehr viele Beziehungen geführt, die eher von einer schlechten Beziehungsqualität waren, wo man sich gegenseitig eventuell noch neue Traumatisierungen zugefügt hat. Ja, und wir alle wissen, wie schwer es ist, diese Altlasten nicht wie ein Shit-Kübel über seinen neuen Partner zu übergießen und sei es auch nur vollständig ungewollt. Das heißt, man selber ist gefrustet, man selber hat einen schlechten Tag, man selber ist durch irgendetwas in seinem Schmerz aus der Vergangenheit angetriggert. Und wenn einem dann der Partner vor die Flinte kommt, ja, da passiert es allzu schnell, dass man das an ihm auslässt, dass man stinkig ist, dass man sich über Kleinigkeiten aufregt, dass man ihm eventuell Dinge unterstellt, dass man eventuell denkt, er wäre genauso ein Betrüger, genauso ein Fremdgeher wie der Ex-Partner, obwohl es eigentlich objektiv gesehen in dieser neuen Beziehung und bei diesem Partner gar keinen Anlass dazu gibt, das zu glauben. Naja, und wenn man dann bessere Laune hat, wenn die akute Stresssituation, das akut aufeinanderprallende aktuellen Partner in dieser Situation vorüber ist, dann sitzt man häufig alleine in seinem Zimmerchen und weiß auch, okay, jetzt habe ich echt viel Shit über meinen Partner ergossen und das hat er nicht verdient. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wenn unsere neue Beziehung, die wir jetzt haben, die besser laufen soll als die ganzen Beziehungen, die wir zuvor hatten, wenn das alles wirklich funktionieren soll, dass wir das eben nicht tun, dass wir nicht unseren neuen Partner an unseren Altlasten leiden lassen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Je nachdem, wie viele Altlasten wir allerdings mit uns herumschleppen und je nachdem, wie selbstkontrolliert und geskillt wir sind, wird uns das besser oder schlechter gelingen. Und es wird uns umso besser gelingen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, je mehr Distanz wir zu unserem aktuellen Partner haben. Naja, muss ich das wirklich noch anhand von Beispielen erklären? Okay, ich mache es trotzdem, aber nur ganz, ganz kurz. Wenn ich einen Menschen nur für wenige Stunden in der Woche sehe, dann ist es natürlich leicht, selbst wenn ich wirklich schlecht drauf bin, mich zusammenzureißen und dann mit ihm ein Eis essen zu gehen, mit ihm ein bisschen in der City zu hängen und ihn nicht anzumachen. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden 24-7 um mich herum habe, irgendwann ist selbst der kontrollierteste, selbstbeherrschendeste Mensch am Ende seiner Selbstbeherrschung. Und dann wird man eben seine schlechte Laune an diesem Menschen auslassen. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und genau das wollen wir nicht. Und damit eben die aktuelle Beziehung konstruktiv sein kann, dass wir da wirklich gemeinsam etwas auf die Beine stellen, dass wir, das ist vielleicht das Wichtigste, glücklich miteinander sind und uns nicht gegenseitig wehtun, ist es eben, ich sage es nochmal wichtig, nicht unseren Frust, unsere Probleme am anderen auszulassen. Und genau daran sollten wir auch die Einstellung vornehmen, wie viel Nähe und Distanz brauche ich oder brauchen wir, braucht ihr in eurer aktuellen Beziehung. Zum einen natürlich die Wohlfühltemperatur im Hinblick auf Nähe. Das heißt, wir gönnen uns so viel Distanz, dass sich der eine oder der andere nicht immer wieder erstickt fühlt. Auch im Idealfall nicht phasenweise. Und auf der anderen Seite, das ist die zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Stellschraube, brauchen wir so viel Distanz, dass es uns immer noch gelingt, unsere Altlasten nicht an unserem Partner auszulassen und eine gute Zeit mit ihm zu erleben. Und jetzt kommt das große Finale. Jetzt kommt die Vorante in diesem Video, auf die alles hinausläuft. Somit überhaupt die Möglichkeit zu haben, neue positive Beziehungs- und Lernerfahrungen mit diesem neuen Mensch, welcher uns vielleicht nichts getan hat, wo wir eigentlich wissen, das ist der richtige Partner für uns zu erleben und somit natürlich korrigierende Beziehungserfahrungen zu haben in unsere Persönlichkeit, in unser Denken, in unser biografisches, gedächtiges, whatever zu integrieren und endlich diese Altlasten, von denen wir uns zwar rational immer wieder distanziert haben, von denen wir aber noch nie erlebt haben, dass es in der Realität, im praktischen Leben, auch mal bitte besser wird, ja, diese tatsächlich dahingehend zu überwinden, dass wir jetzt eine funktionierende, gute, positive Beziehung führen, wo wir es eben vermeiden, uns gegenseitig an die Gurgel zu springen, aus welchem Grund auch immer. Tja, das sind die beiden wichtigen Stellschrauben, um Nähe und Distanz in Borderline-Beziehungen richtig zu justieren. Und nochmal, fangt bitte bei der Distanz an und nähert euch langsam, nicht zu schnell, immer weiter aneinander an. Geht nicht zuerst in die vollständige Nähe und zerreißt dann all das, was ihr jetzt da miteinander an Bindung aufgebaut habt wieder. Das tut wirklich weh. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, dieses Video, was ich da gerade auf YouTube gesehen habe, das hat mich überzeugt. Da sitzt einer, der hat mir da so ein schönes System aufgebaut. Ich sehe und verstehe jetzt vieles über meine Borderline-Beziehung, die ich habe, sehr viel besser. Naja, dann abonniere gerne diesen YouTube-Kanal. Jede Woche kommt hier mindestens ein neues Video zum Thema Borderline. Und wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du Danke sagen möchtest, dann werde von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, oder lass mir ein Super-Thanks da, spende mir auf Paypal, whatever. Das Wichtigste ist für mich aber, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Haltet die Ohren steif. Alles Gute für eure Beziehungen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tom.